Gute, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Donnerstagabend, wir haben wieder unsere Ladenangebote für euch und es geht los, wir haben sehr gute Sachen hier reinbekommen. Und zwar geht es los mit à la Caregarten, ungesalzen, gesalzen, Balance, alles mögliche dabei, 250 Gramm, Wahnsinnspreis, 1 Euro hier bei uns beim Freilinger, schlagt zu, wir haben genug da. Buko, Frischkäse in allen möglichen Sorten, statt 1,79 bei uns ist das 1,20 Euro. Wir haben französischen Käse da, Weichkäse, verschiedene Sorten, 1 Euro nur. Emmentaler Käse, 250 Gramm am Stück, 1,59 Euro. Zotarella, die Minis sind auch teuer geworden, jetzt 1,99, bei uns 1,49, ist ein Dauerpreis. Ziegenkäsescheiben, die sind sehr teuer normal, 150 Gramm, 125 Gramm, 2,49 sowas, 1,29 Euro. Salami ist wieder da, 650 Gramm oder 600, ich sehe es wieder nicht, 3,99. Schwarzwälder Schinken hier, wunderbare Stücke sind da, Preise ungefähr 1,25, sind unterschiedlich groß. Pfefferbeißer, 1,79 Euro pro Packung, um die 200 Gramm. Frankfurter Rindswurst von Müller, 5,99 für ein Kilo, ist unser Dauerrenner, ist eine Top-Wurst, Top-Qualität zum ganz fairen Preis. Gebäckfans aufgepasst, Lamberts hat geliefert, alles Mögliche ist da hier, Nussecken, Kokofleur, Erdnussberge, auch große Boxen sind dabei, ja, ab 1 Euro. Die Box natürlich nicht, die ist teurer, aber es geht los mit 1 Euro. Sehr gute Gebäcke. Dann haben wir hier Bonelle Gelee, Fruchtgummigelee, 160 Gramm aus Italien, 49 Cent. Rittersport Kirschmandel und Salted Karamell, 49 Cent. Diese Riesentafel Schokoreisbar, 150 Gramm machen wir, 59 Cent, Puffreisschokolade. Dann haben wir Lindt Mini-Bralin, die 90 Gramm statt 4,99 Euro, 2,22 Euro. Twix im 5er-Pack, 1,11 Euro nur. Amerikanische Sachen sind auch reingekommen, die Reese's, die Giant-Tafel, kostet irgendwas mit 5,99 Euro für 3,99 Euro. Hershey's Cookies & Cream, Brezels, die große Tüte statt 8,99 Euro, 4,99 Euro. Dann haben wir alle möglichen Boxen von Reese's, Sticks, Nutrages, die Riegel, Overload ist dabei, jede Kiste, 14,99 Euro. Und Reese's White King Size, die ganz großen, 19,99 Euro die Kiste. Pop-Tarts sind gekommen, 2,99 Euro. Eine Sorte allerdings nur. Oreos Bonch Cake hier im Karton, 2,99 Euro. Zwölf Kuchenriegel mit leckerer Schokolade sind immer gut. Dann die Kellogg's Tresor, 1,99 Euro. Dr. Edgar Brownies Backmischung, 1,00 Euro nur. Dann haben wir hier jede Menge reinbekommen von Merci. Merci Together. Lovelies, alles 1,99 Euro. Das Telefon klingelt. Toffifee ist wieder da, 5 Stück, 5 Euro. Lindor Kugeln, 600 Gramm, verschiedene Sorten, 9,99 Euro. Hier nur im Laden, Raffaello. Die Großpackung hier, 260 Gramm, 2,99 Euro. Aber nur hier im Laden. Knallerpreis Badolini 2 in 1 Kaffee, 88 Cent. Auch nur hier im Laden. Und hier Sega Fredo Kaffeekapseln. Die sind der Knaller. Haben wir, warte mal, jetzt lass mich nicht lügen hier. Die sind es, genau. Wir haben Intenso und Classic. Sind 1 Euro günstiger, 1,99 Euro. Sind richtig kräftig im Geschmack. Und hier, das ist die Ristretto-Sorte. Stärke 11. Zum Glück MHD überschritten. Könnt ihr noch 100 Jahre aufheben. 1 Euro statt 2,99 Euro. Das sind unsere Angebote. Es kommen natürlich hier jeden Tag noch viele Kühlwaren rein. Tiefkühlwaren, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe. Und im Online-Shop gibt es auch jede Menge neuer Waren. Deswegen kommt hier erstmal bei uns in Laden vorbei, in der Marburger Straße 127. Wir sind da montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr. Und schaut in unseren Online-Shop rein, lebensmittel-sonderposten.de. Folgt uns auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, wo auch immer. Schaut euch Facebook, Instagram täglich die Story an. Wir posten da alles Mögliche, was neu reinkommt. Und dann seid ihr immer sofort informiert. Jeden Tag steht dabei Laden oder nur Online-Shop oder Laden und Online-Shop. Ihr seid dann über die Angebote bestens informiert. Und müsst nicht immer auf das Video warten. Das war's, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin raus, euer Benni. Macht's gut. Ich bin raus, ich bin raus.